Teil 1 Sie suchen auf der Internetseite über Ihrer Stadt nach Informationen. Lesen Sie die Aufgaben 21 bis 25 und die Internetseite. Wo A, B, C finden Sie die passenden Informationen. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 21 bis 25 auf dem Antwortbogen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020